Besser hätte das Wetter für einen Einkaufsbummel am verkaufsoffenen Sonntag nicht sein können. Ein großer Besuchermagnet waren auch wieder die vom Aussterben bedrohten Haustierrassen, die Familie Drögelmüller aus Böttenstedt regelmäßig am verkaufsoffenen Sonntag auf dem Herzogenplatz zeigt. Die Familie Drögelmüller aus Böttenstedt Viele Geschäfte hatten auf dem Bürgersteig kleine Stände aufgebaut und sorgten dafür, dass das Flanieren im Sonnenschein richtig Spaß machte. Das eigentliche Highlight des Tages aber war die Magic Band der Lübecker Freibäuter Mucke. Sehen Sie dazu einige Ausschnitte. Die Familie Drögelmüller aus Böttenstedt 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 Untertitelung. BR 2018 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 Musik 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 Musik